Mein Name ist David Dückers und ich bin Personal Trainer. Neben dem Personal Training, dem 1 zu 1 Training und der Ernährungsberatung biete ich noch Kleingruppenkurse hier im Studio an, bei denen wir mit maximal sechs Leuten trainieren. Das ist bewusst so, weil ich sage mit kleinen Gruppen und auch im 1 zu 1 Training ist die Betreuung sehr intensiv. Da wir funktionell trainieren, d.h. alles mit dem eigenen Körpergewicht und da muss man einfach kontrollieren, dabei sein, die Leute motivieren. Training ist so aufgebaut, dass man erstmal durch Triggerpoint-Techniken und Beweglichkeitsübungen die Spannung aus dem Muskel raus sind und dann nachher effektiv trainieren zu können. Das läuft dann so ab, dass wir ein Zirkeltraining hier haben. Es ist so ein bisschen wie so ein Spielplatz für Große, wo immer Kraft und Ausdauer im Wechsel trainiert werden und danach weiß man auf jeden Fall, was man gemacht hat. Aber wichtig dann natürlich auch dieses Aufwärm-Training, den Hauptteil und dann nachher auch noch ein Cooldown, damit einfach das Verletzungsrisiko nicht so groß ist und die Leute optimale Trainingsäge sind. Das Training ist für jeden geeignet, der halt sagt, ich kann mir zum Beispiel jetzt nicht das Personal Training leisten oder ich habe nicht die Möglichkeiten, weil jeder kann die Intensität selber wählen. Das heißt, man hat die Station, man kann sagen, ich gebe jetzt richtig Gas in der Station oder ich mache die Übung ein bisschen langsamer oder man kann auch verschiedene Variationen machen. Also im Endeffekt ist es für jeden geeignet, der abnehmen will, der seinen Körper in Form bringen will, der seine Rückenbeschwerden loswerden will. Mein Name ist David Dückos und wenn du was ändern willst, helfe ich dir, dein Ziel zu erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank.